Und wir wollen mal weitermachen mit Lego Harry Potter. Ich bin richtig gehypt. Ich hoffe, ihr seid es auch, weil die Geschichte wird fortgesetzt. Schauen wir, was wir heute so erleben. Ah, Gleis 9. Wo ist denn Gleis 9 Dreiviertel? Wo soll das denn sein? 9 Dreiviertel, hä? Ich hab' ich noch nie gehört. Und dass wir nicht die Weasleys sind. Was? Oh, Ronald. Was machst du schon wieder? Go, Harry, go. Go, Harry, go. Yay. Es ist nur ein Dreiviertel. Ja, Hogwarts Express. Ja, klar. Da stehen zu bleiben ist ziemlich dämlich. Oh nein, die Brille ist kaputt. Gut, dass er seinen Stock dabei hat. und alles kaputt macht. Oh, wie freundlich. Danke, Hermione. Oh, Tschu-Tschu. Tschu-Tschu. Also das ging schneller als bei der Deutschen Bahn. Und ab geht das mit dem Bildchen. Über den See. Hogwarts. Hogwarts sieht echt schön aus. In Lego. Hallo. Wir sind zu spät. So wie es ausschaut. Oh, der war Saga-Wood. Der Albus. Oh, Sutter Snape. Der ist ziemlich grummelig. Oh, was hat er denn? Gryffindor. Woo-woo. Oh ja. Slytherin. Und Harry? Oh, vielleicht noch Slytherin? Gryffindor. Woo-woo-woo. Yeah. Applaus. War eine gute und knappe Wahl. Er hätte auch in die Hose gehen können. Oh, das ist alles so schön und süß gemacht. Das ist, also, die Lego-Spiele sind super. Davon werde ich vielleicht auch noch mal ein paar mehr Spiele spielen. Also, das ist wirklich einfach nur toll. Halte Y gedrückt, um mit den Zaubersprüchen... Ich kann doch nicht so schnell lesen, wenn ich hier noch rede. Ich muss Y gedrückt halten. Halte Y gedrückt, um mit den Zaubersprüchen auf Objekte zu zielen. Okay. Wow. We just destroyed this... Äh... Ofen. Was war denn das eigentlich? Das war ein Ofen, oder? So ein Kamin-artiges Ofending. So. Oh. Ron Hogwarts freigeschaltet. Du hast einen neuen Charakter freigeschaltet. Geh zu Madame Malkin in die Winkelgasse, um ihn zu kaufen. Okay. Äh, Y gedrückt, um Spinnenweben zu zielen. Und schieße sie ab. Ui, da kam aber viel Geld raus. So. Da ist noch was. Können wir natürlich alles mitnehmen. Und dann wollen wir hier alles andere abschießen. Zaubersprüche können wir noch nicht. Aber wir können generell zaubern. Oh, cool. Ein Trampolin. Oh, das ist ja cool gemacht. Okay, dann müssen wir gleich nochmal ein bisschen... ...in Trampolin hin. Kriegen wir da nochmal was hin? Ein bisschen abschießen? So. Kannst du das mal abschießen, bitte? Oder müssen wir dafür, äh, Ronald befragen? Ach ja, Ron hat da gerade irgendwas gemacht. Oh, der... Oh Gott. Oh nein. Wie kann seine Ratte spielen? Wie süß ist das denn? Nein. Okay, ich bin total angetan. Ronald, das hast du gut gemacht. Wie hieß er? Kratze, oder? Oh, das ist ja so süß. So, Kratze. Äh, äh. Wie macht denn das? Äh, äh. Wie macht denn das? So. Kratze, geh mal aus dem Weg. Okay, dann machen wir das auf. Wir müssen auch das Bett noch zerstören. Dann haben wir vier von... Ach, das ist so ein... ...so ein... ...dolbener Stein. Den brauchen wir ja. Da ist ein Zehntausender. Ich seh's gerade. Der pinke. Oder lila, ne? Das ist ein Zehntausender Stein. Äh. Ah, fast gesche... Oh Gott. Wir sind gerade in diesen... ...in diesen Kasten da gefallen. Yay, wir haben die Zehntausender. Sehr geil. So, können wir das wieder... ...aufbauen? Oh, den wollte ich jetzt nicht braten. Irgendwie, also das Zaubern funktioniert noch nicht so gut wie bei Hagrid. Oh, die können auch doppelt... ...echt zaubern. Ne, das will ich nicht. Na gut, dann... ...belassen wir es erst mal dabei. Ich weiß nicht, ob man jetzt mit Hagrid wieder zurück kann. Bin mir da nicht so sicher. So, erst mal alles Loot mitnehmen. Oh, da ist... ...hierdweg. Süß. Kann man nicht abschießen? Nein, kann man nicht. Sollte man auch nicht. Niemand seine Eule abschießen. Das ist nicht gut. So Typ, kann ich mit dir reden? Nö. Willst du, äh... ...für uns das Zaubern? Ne, geht's gar nicht. Okay. Dann wollen wir mal weitergehen. Mal schauen. Okay. Die fliegen da einfach lang. Gut. Das ist schön. Und Schachbrett. Oh, wow. Das ist gerade ein bisschen größer geworden. Und das spielt einfach Schach. Spielt das jetzt eine gesamte Partie? Nein, nicht wirklich, oder? Oh, okay. Hat mal kurz eine Partie gespielt. Klar. Warum nicht? Geht ja so schnell. Oh, wir haben gerade ein Leben verloren. Äh, ja. Ins Feuer rennen sollten wir nicht. Den da aufhecken. Engadium. Leviosa. Haben wir den gerade umgebracht? Ist er tot? Wir spielen eine Not, um Belohnung zu erhalten. Ist er tot? Ach, ne. Wir haben ihn jetzt gerade gerettet. Er war kurz vorm Tod, oder wie? Oh, haben wir dich gerade gerettet? Wir haben ihn gerettet. Wir haben ihn erst mal fast getötet. Und dann haben wir ihn gerettet. Wir sind solche guten Menschen. Wow. Gryffindor-Jungen. Freigeschaltet. Yay. Wir haben den Gryffindor-Jungen. Den einen haben wir freigeschaltet. So. Hier einmal hoch. Mal rumzaubern. Zauber, zauber. Schmauber, schmauber. Warum wir hier jetzt diesen anderen Zauber nicht einsetzen können, das ist mir noch nicht so klar. Ne. Ah! Hermione! Warum können wir sie auf einmal spielen? Warum können sie auch nichts? Die können alle nichts. Mano. Okay, der frisst einfach die Klamotten auf. Wer ist das? Ach, der stellt sich uns in den Weg. Was ist er denn für ein Assi? Stopp! Stopp! Er war da. Keita-Brah. Oh. Drücke Y. Um ein Gemälde mit einem Faden. Oh. 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 Oh, so ausgezogen. Ah. Haben wir ihn weggelockt. Das war natürlich klug von uns. Wir müssen aber trotzdem noch gucken, ob es hier noch Loot gibt. Es gibt hier noch Loot. Oh, da ist jemand. Hehe. Ich habe mir jemandem ein Schnurzbärtchen gemalt. Oder sowas ähnliches. Eine Brille, glaube ich. Hermione, die kommt nur auf... Bei Hermine, wie man sie in Deutschland sagt, kommt nur auf Brillen und nicht auf Schnurzbärtchen. Eine Mustache oder so. Okay. Weiter geht das. Passwort. War das Zitronensorbet? Nicht da richtig. Geister werden dich durch Hogwarts leiten. Folge der Spuren aus Geisterspuk oder sowas. Aber wir müssen ja erstmal hier alles einlooten. Loot sammeln. Einsammeln. Loot. Irgendwie sowas. Truhe. Wir bringen immer Geld. Truhe bitte einmal abschießen. Du kannst dich doch rollen, oder? Ach ne, der kann sich ja nicht mehr rollen. Ich würde gerne die Truhe abschießen, bitte. Ach Hermine, geh da weg. Mal bitte Truhe abschießen. Wom geht denn das nicht? Ach, Mann. Bin ich genervt. So, was ist hier los? Ja, das konnten wir wenigstens abschießen. So, Geisters. Okay, hier ist noch eine Riesenschlange. Können wir auch nochmal rumschießen. Da können wir nichts mehr machen, glaube ich. Gucken. Nö. Ränkchen. Gucken. Gucken wir los. Nur Charaktere, die Parsel-Sprache sprechen. Können mit dieser Schlange reden. Äh, was? Der hat uns gerade gefressen. Ach, sch. Wir können Parsel. Wir sind Harry Potter. Große Treppe. Mal schauen, was uns die große Treppe so bietet. Jetzt werden wir sicherlich sehr verwirrt sein, wenn die große Treppe auf einmal überall hingeht. Nur nicht dahin, wo wir wollen. Ach, hier können wir doch sicherlich die Ratte durchschicken. Los, spawn mal deine Ratte. Hey, lass spawn mal deine Ratte. Wow, wow, wow. Ah, okay, das... Oh. Oh. Äh. Kann es sein, dass wir da rein wollen? Kretze. Ach, da oben links steht sogar, dass es Kretze ist. Ach, wir kommen nicht nochmal rein. Schauen wir jetzt einfach rein? Nee. Okay. Gut, schade. Äh, war es das? Nichts passiert. Muss das Harry machen? Okay. Ja, keine Ahnung. Mal hier neulang nochmal. Weil eigentlich sind wir jetzt nicht weit gekommen. Wir haben nur kurz, äh, den Hundi gesehen. Der Fall hat uns immer noch gesagt, dass wir da lang sollen. Ach, okay, jetzt geht's. Hm. Vielleicht, weil wir die Ratte da noch, äh, gefangen hatten. Das kann natürlich sein, dass ihn denn nicht hinterher gekommen wäre. So. Alles weglooten. Ach, das schaffen wir mal wieder nicht hier. Wir müssen unbedingt Vengardium Leviosa lernen. Damit wir hier die Sachen looten können. Eine Reihe. So. Hallo, Leute. Ich hab das Gefühl, dass wir hier noch öfter sein werden. Hallo. Ich schieße euch alle ab. Ihr könnt gar nichts tun. Aha. Weil wir die Hauptprotagonisten sind. Und da hat uns da gerade jemand abgeschossen. Bissen uns doch nicht ab. Ich dachte gerade, da wäre ein Schuss geflogen. Stimmt. Zu uns. Hier einmal die abschießen. Ach, Mann. Zielen ist nicht einfach hier. Natürlich so ein bisschen Auto-Elmen, ne? Ein Lebo-Spiel. Kein. Hall of Duty. Auch wenn ein Call of Duty auch aus Auto-Elmen besteht. So. Die wollen wir auch noch mal looten. Und hier wollen wir auch noch mal. rein looten. Geht nicht. Okay. Was hier noch mal? Ah! Ein Flieger. Kennen wir ja schon. Ja. Was hier los? Können wir auch noch mal rein looten. Und wir haben Leben bekommen. Das ist super. Was sind diese Irrwichte, ne? Wüsste ich gar nicht, dass die Zamen sind. Geh zum Unterricht, um Zaubersprüche zu lernen. Ja, genau. Die brauchen wir. Okay. Ich glaube, das Spiel will, dass wir unbedingt Zaubersprüche lernen, damit wir hier nicht rumöhren und nur Sachen kaputt machen wollen. Aber das ist immer wieder funktioniert hier. Mann, 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 Mann. Jo. Okay, hier hochklettern wir trotzdem noch. Ah, okay. Hier bräuchten wir Zaubersprüche. Mist. Was ist das da denn? Das ist eine Kerze, oder? Äh. Was bist du? Ein Schloss. Da dürfen wir wohl noch nicht hin. Was ist denn der Unterricht? Ah, hier ist der Unterricht. Oder? Mensch. Dieses Schloss ist ja riesig. Naja, was haben wir denn erwartet? Und hier lang. Der Geist, der führt uns ja. Ich glaube, jetzt müssen wir auch nicht mehr alles looten. Nur noch ziemlich alles. Oh, und es geht los mit dem Zauberunterricht. Guardium Neviosa. Hermine, schreibt schon mit. Okay, aber er ist mächtig. Das ist ja schon ein mächtiger Move. Ja, okay. Wingardium Neviosa. Wuuu. Geil. Wir haben wieder einen gerettet. Gerettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Äh, mal so. Echt richtiges Lego, was wir hier machen. Ich würde den da unten nochmal verschieben. So, und klack. Drin ist das Ding. So, da oben müssen wir auch nochmal retten. Hier haben wir ja unsere... ...welle Mechanik. Okay, wir müssen den befreien vor der Kralle. So, wir müssen die Kralle erstmal zusammenbauen. Uiuiui, so viele Sachen, die wir beachten müssen. Oh, da waren Tausende. Sehr lecker. Und Kralle, bitte einmal festhalten. Dankeschön. Voll lieb von dir. Wir sehen Loot, 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 Loot. Sehr schön. So, hier ist noch ein Kerzenständer, Leuchter, wie auch immer die heißen. Kerzenständer, Leuchter war richtig, oder? Bücher erstmal richtig sortiert. Können wir das Buch bitte richtig, richtig sortieren? Hier, also das gefällt mir immer noch nicht. Bald haben wir es. Ja? Ja, dankeschön. Ah, das gibt auch noch hier so einen... ...Junge freigeschaltet. Wem Junge freigeschaltet? Uiui. Dass wir nicht Mädchen freigeschaltet haben. Also, Junge freigeschaltet. Hätte man nicht schreiben können, wenigstens Hogwarts-Junge oder so. Also. Ah. Was reg ich mir auf? Oh, wir müssen den zusammenbauen. Oh. Da ist der Rumpf. Nee, da unten. Unten. Da, genau. Müssen wir da raufsetzen. Denn da ist der Kopf. Zack. Und der Speer noch. In die Hand. Ach, und der hält das dann. Cool. Alter. Der hat's drauf gehabt. Loot, 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 loot. Wir meinen Loot. Oh Mann, der Loot verschwindet. Ohne, dass ich was machen kann. Oh, wir kriegen viele Spells. Oh, goldener Stein. Vier von... Ach nee, fünf von 200 haben wir schon. 200 ist echt viel. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Spiele gehen. Das ist auf jeden Fall, ähm... Ich glaub, äh, der erste Teil ist 1 bis 4. Und dann hab ich so ein Deluxe-Pack geholt. 1 bis 4 und... Äh... 5 bis 7, glaub ich, sind die Teile. Und dann kommt ja bald noch ein neues Lego, äh... Oder ein neues generell Harry Potter raus, glaub ich, oder? Oder kommt ein neues Lego Harry Potter raus für die Playstation? Ich bin mir gar nicht sicher. Was das nochmal war? Ja, wir wollen hier auf jeden Fall nochmal... ...Din bauen. Weil wir das, äh... ...das Lila haben wollen. Das ist wichtig für uns. Weil das 10.000 Punktis sind. 10.000 Punktis sind echt viele Punktis. So hoch springen. Nee, können wir nicht. Schauen wir bitte... ...den oberen. Den oberen, bitte. Hallo. Ja. Den oberen. Können wir so nach oben gucken? Ja. Danke. So. Das sollte ausreichen. Ach, komm schon. Ja! Wir haben ihn! 10.000! In unsere Tasche! Das ist schon geil. So. Harry einmal draufstellen. Dann können wir hier auch noch den Loot holen. Sehr geil. Ach, Harry kann ja auch den Guardian hier wie großartig. Sehr gut. Und dann wollen wir... Da ist noch so ein Leuchter. Sehr gut. Also jetzt brennen alle Leuchter. Das ist auch aktiviert. Ja. Dann sind wir hier fertig. Sie. Äh, alle Schüler sitzen hier noch, aber wir hauen einfach mal ab. Wir sind Harry Potter. Du kannst deine Fähigkeiten jetzt außerhalb des Klassenzimmers benutzen. Probier es aus, um neue Gebiete... Ich konnte nicht mehr schneller gelesen, aber das ist auf jeden Fall Vandalismus. Wir propagieren also Vandalismus. Das ist immer gut. Hier, der Apfel. Das ist deiner. Bitte schön. Haben wir ihn jetzt gerettet? Ist er in Gefahr? Der war voll in Gefahr, weil er seinen Apfel nicht gekriegt hat. Genau. Okay. Gut. Wollen wir hier mal weiterschauen? Ah, wir können jetzt Bücher zusammenstellen. Ach. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Oh, okay. Das war leichter als gedacht. Und Licht angemacht. Und Licht angemacht. Sehr gut. Hier können wir leider nicht hochhüpfen. Was ist hier los? Wie so ein Tentake-Ding? Und hier alles versperrt. Hier runter? Okay. Ich glaube, da geht es sehr tief runter. Dann müssen wir da lang. So. Da verschwinden aber auch immer diese Münzen. Komisch. Geistermünzen verschwinden öfter mal. Ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat. Da können wir die ganze Zeit schießen. Cool, cool. Gut. Den nochmal anhitten. Okay, der hat nichts mehr zu vergeben. Oh, da oben hängt noch einer. Den müssen wir ja irgendwie retten können. Ich weiß bloß noch nicht wie. Vielleicht kommt das auch später. Können wir die Dinger jetzt hier? Ne. Öffnungstauber können wir noch nicht. brauchen aber unbedingt bald mal einen Öffnungszauber. Ach da. Oh Gott. Da steht, wie wir es bauen müssen. Ähm. Ja, Happy Birthday. So, wir brauchen erst mal noch ein blaues. Ne. Und ein lila niss. Ne. Der lila ist darunter schon. Das heißt, wir brauchen jetzt ein lila niss mit grün. Oder das ist der nächste. Da muss ich gedrückt halten. So. Da braucht er. Oh mein Gott. Könnt ihr alle bitte im Weg rumstehen? So mag ich das. Das ist super einfach, das hier so perfekt zusammenzufügen. Ist doch total falsch, oder? Wir brauchen noch ein blaues. Egal. Sollen wir versuchen. Ach komm. So schwer kann das nicht sein. Danke. Ist doch besser als gar nichts, ne? So. Und jetzt brauchen wir nen... Na, jetzt brauchen wir einfach das hier. Sollt man nicht das... Ach Gott. Das ist... Das da unten ist. Die Plattform. Wo wir es hinstellen müssen. Ich hab's verkackt. Hab ich nicht gerafft. Hier das blaue erst mal. Okay, so fügt sich das auch auf einmal ein. Dann ist das ja doch einfacher als gedacht. Okay. Und drauf da. Oh, komm schon. Sehr gut. Öffne dich. Tor der Tore. Oh nein. Wir haben Loot vergessen. Nein. Okay. Wir müssen das da drauf stellen. Und was kriegen wir? Wenig Loot. Für den Aufwand so wenig Loot? Schon. Sonst mehr Loot. Wollen wir dich töten? Ähm. Okay. Ich hätte... Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir die jetzt umbringen können. Okay. Ich glaub, das sollten wir nicht mehr machen. Ich glaub, das schadet unserer Reputation. Das ist lustig. Okay, wir brauchen den Kopf. Run it! Nee, Run it, du musst einmal hier, äh, Kretze. Wie mach ich denn das jetzt? Warte. Ich kann so ein bisschen, äh, durch die Zauber switchen. Wollen wir den befreit? Ja. Sehr gut. Uh, wurde es gerescu'd. Warum kriegen wir denn jetzt keinen Rescue-Punkt? Wir haben noch den da oben eindeutig angestopst, dass er befreit wird. Egal. Ah, um ein Bücherregal zu aktivieren. Äh? Sollen wir das jetzt nachmachen? Nicht aufgepasst. Das hat aber funktioniert. Oh mein Gott, ist das viel Loot. Oh mein Gott. Das Bücherregal hat sich gelohnt. Und was willst du hin? Jo, nichts. Cool. Da können wir auch noch nicht lang, ne? Nee. Aber. Ey. War gut. Cool, cool. So. Sehr gut. Wir kriegen sehr, sehr viel Loot. Das gefällt mir. So. Und dabei wollen wir es erstmal belassen. Wir haben Vengadio Leviosa gelernt. Das freut mich schon mal ziemlich. Wir sehen mal, was wir in der nächsten Folge lernen werden. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.